Musik Eine kulturhistorische Einmaligkeit beherbergt die Pfarrkirche St. Vitus in Kotting Wörth im Naturpark Altmühltal. In der ehemaligen Chorkapelle, seit der Barokisierung der Kirche im 18. Jahrhundert als Taubkapelle genutzt, haben sich unter dem Putz mittelalterliche Fresken aus dem Jahr 1310 erhalten. Freigelegt und restauriert wurden diese Fresken bei Renovierungsarbeiten gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Zwar wurden sie der Gepflogenheit und dem Geschmack der damaligen Zeit entsprechend, teilweise sehr großzügig retuschiert, was jedoch ihrer Originalität keinen Abbruch tut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.